Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Von dem Data Miner iLoot Games habe ich mal wieder ein paar Informationen gefunden. Und zwar geht es um klassenspezifische Perks bzw. Fähigkeiten. Was genau meine ich? Klassenspezifische Legenden. Damit, also es gibt vier verschiedene Klassen. Einmal die unterstützenden, defensiven, offensiven und aufklärenden Legenden. Wie zum Beispiel Offensive, wer sich immer gefragt hat, was dieses Munitions-Icon bedeutet. Fünf Legenden an der Zahl haben dieses Icon. Das sind Offensive. Die defensiven sind die mit dem Schild. Unterstützende Lifeline ist bis jetzt die einzige mit dem Kreuz. Und die Aufklärer ist das Radar. Wie genau soll es aussehen? Ganz interessant. Ich fange mit der unterstützenden Legende. Lifeline ist wie gesagt bis jetzt die einzige. Und man munkelt das Loba, die vielleicht schon in Split 2 quasi ab 24. März oder in Season 5 kommt. Dass das eine unterstützende Legende sein soll. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht, es gab schon mal Leaks, dass die Supply-Boxen verschiedenfarbig in Zukunft sein könnten. Das könnte sein, dass das tatsächlich nur die Perks der unterstützenden Fähigkeiten betreffen sollte. Ich blende euch mal ein Bild aus dem Season 4 Trailer ein. Und der eine oder andere kennt sicherlich den Trailer. Und da ist nämlich den Leuten im Trailer ein Fehler unterlaufen. Und die haben versehentlich in dem Trailer vergessen. Ihr seht es hier mittig unter dieser Plattform ist die Standard Supply-Box. Und links daneben ist eine mit einem blauen Schimmer. Und das sind die blauen Supply-Boxen für die unterstützenden Legenden. Und was genau ist die Fähigkeit? Die unterstützenden Legenden können aus der blauen Supply-Box Extra-Loot rausziehen. Was für Extra-Loot ist natürlich bis jetzt erstmal unbekannt. Ist auf jeden Fall eine neue Fähigkeit für die ausschließlich unterstützenden Legenden. Was ich sehr, sehr interessant finde. Ursprünglich vor vielen Wochen hieß es, es gibt dann auch noch goldene Supply-Boxen, blaue Supply-Boxen, lila und so weiter. Es könnte sein, dass das tatsächlich ein Fehler war und es wirklich nur blaue sind. Die nächste Legenden-Klasse wären die Defensiven. Dazu zählt Gibraltar, Korsdick und Watson. Die sollen in Zukunft etwas dazu bekommen. Da bin ich mir noch nicht so sicher, ob ich da ein Freund von sein soll. Das kommt darauf an, wie es umgesetzt wird. Und zwar sollen die bei wiederbelebten Teammates Schilde wiederherstellen. Und hier bleibt die Frage offen. Zählt das das gesamte Schild, das dann wiederhergestellt wird? Oder nur eine Zelle oder von mir aus zwei Zellen? Denn stellt euch mal vor, euer Teammate, den ihr da gerade aufhebt, der hat vielleicht ein goldenes oder lila Körperschild und ihr holt den wieder hoch. Dann ist das ja fast schon stärker als ein goldener Rucksack, wo ihr dann die Hälfte des Teammates, also die Hälfte der Energie-Plus-Schild wieder hoch heilt. Also sollte das das gesamte Schild betreffen, bin ich kein Freund von, weil der Gibraltar wird so schon zu krass genutzt. Auch wenn der jetzt erst wieder genervt wird, was jetzt ein Topfen auf dem heißen Stein ist. Aber dadurch wird der Gibraltar noch öfter gespielt, wenn es das gesamte Schild betrifft. Deswegen hoffe ich, dass es vielleicht nur, was weiß ich, 50% maximal des Schildes ist. Das wäre wirklich sehr, sehr cool. Ansonsten haben wir wieder ein Problem. Als nächstes kommen die Offensiven dran. Dazu zählt Wraith, Bangalore, Mirage, Octane und der Revenant. Zu erkennen an diesen Munitions-Icon. Die bekommen allesamt einen extra Granaten-Slot in ihrem Inventar, quasi in ihrem Rucksack. Das wird dann so sein, ihr habt den Standard-Rucksack mit 10 Slots und ihr habt noch zwei extra Slots für Granaten, wo ihr nichts anderes einpacken könnt. Das heißt, wenn der Rucksack voll ist und ihr habt noch keine Granate gefunden, könnt ihr in diese Slots keine Munition oder Heilung reinschmeißen, sondern nur Granaten. Was hier allerdings an Informationen noch fehlt, ob die Granaten in den Slots stapelbar sind oder ob das auch standardmäßig pro Slot nur eine Granate ist. Hier wird auf jeden Fall der offensive Spielstil wieder ein bisschen gepusht. Und da kann man vielleicht Gibraltar zum Beispiel entgegenwirken, dass der öfter gespielt wird. Finde ich auf jeden Fall eine Änderung, die sehr, sehr geil wäre. Und als allerletztes kommen wir zu den aufklärenden Legenden. Dazu zählt Crypto, Bloodhound und Pathfinder. Die bekommen die Fähigkeit vom Pathfinder, den Überwachungsmast zu scannen und die nächste Zone anzuzeigen. Und hier könnte man dann davon ausgehen, also es ist nicht passive Fähigkeit im Einzelnen, sondern dann diese klassenspezifische Fähigkeit. Und da könnte man jetzt denken, dass der Pathfinder vielleicht eine neue passive Fähigkeit bekommt. Weil macht ja keinen Sinn, wenn jetzt zwei andere Legenden das dann auch können, aber weiterhin als aufklärende Klasse der Pathfinder die passive Fähigkeit behält. Das würde ich Käse finden. Deswegen gehe ich davon aus, dass der Pathfinder eine neue passive Fähigkeit bekommt. Lasst euch auf jeden Fall in den Kommentaren mal aus, was ihr von den Änderungen haltet, wenn sie denn kommen. Und vor allen Dingen, was könntet ihr euch vielleicht für Pathfinder als ersatzpassive Fähigkeit vorstellen. Das wäre mal nice to know. Das war es nämlich schon wieder mit den Informationen. Ich möchte wie gesagt betonen, das sind Leaks, die mit Vorsicht zu genießen sind. Ich gehe aber fest davon aus, dass es so kommt. Vielleicht in Split 2 ab dem 24. März, wenn Kings Canyon zurückkommt. Oder dann eben in Season 5. Diese Season geht ja nur 3 Monate, nicht 4 Monate wie die letzte Season. Das soll es jetzt von mir gewesen sein. Lasst dem Video wie immer gerne einen Daumen nach oben da an. Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt, wie Informationen, Tipps und Tricks und Livestreams. Das war es jetzt von mir. Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Macht's gut. Ciao. Das war es jetzt von mir. 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 Untertitelung des ZDF, 2020